Guten Morgen, es ist wieder so live. Neue Teesorten. Robots Teehaus. Ich hatte damals ein Video gemacht, ich habe fünf Videos, ne nicht fünf Videos, fünf Teesorten ausprobiert in einem Video und ich war so begeistert, dass meine Teeleidenschaft wieder von neuem erblüht ist. Und jetzt ist es so, dass der Robot, mit dem ich auch mittlerweile ein Video gemacht habe, ich hoffe, das habe ich schon gebracht, denn der war nämlich hier bei mir zu Hause und der hat eine Sorte rausgenommen und drei Sorte dazugenommen. Warum und weswegen, das hat er euch in dem Video auch erklärt, weil er möchte, hat einen Anspruch, dass er den besten und die zeitgleich preiswertesten Tee auf dem Markt anbieten kann. Und also beste im Sinne von dem Tee, den er anbietet, wie den Gara Red Tee und Tee Kuan Kien in der entsprechenden Qualität. Hier ist eine super Long Qualität beim Räuberausch Tee, steht alles drauf, dass es keinen Anbieter gibt, der einen billiger anbietet. Und ich habe damals recherchiert in dem ersten Video und es ist tatsächlich so, es ist wirklich der preiswerteste Tee. Dann ist trotzdem natürlich die Frage, schmeckt der Tee denn aus und wie schmeckt der Tee? Denn hier handelt es sich wirklich um Teesorten, die nach irgendwas schmecken. Ich habe ja ganz lange Tee oft getrunken und dachte immer, schmeckt der nach nichts, da musst du Zucker reinmachen, damit der irgendwie der Geschmack reinkommt. Aber die Teesorten, bis auf den Silbernadeltee, der war nicht ganz so mein Geschmack. Aber die anderen vier Teesorten damals, die waren wirklich überzeugend. Und jetzt gibt es drei neue. Das ist der Java Red Tee, das ist der Tee Kuan Krim Tee und der Räuberch Supergerade Long Cut. Und ja, ich werde die drei jetzt auch mal ausprobieren, sagen wie sie schmecken und anfangen tun wir mit dem Java Red Tee. Der Java Red Tee, das ist dieser hier, ich finde das immer so beeindruckend. Dieser Tee, den kann man essen und da schmeckt richtig, richtig gut. Das war schon bei den anderen Teesorten so. Und das ist einfach so, ja, richtig so wie getrocknetes Weizengras oder aber halt ein ganz intensives Aroma. Und mittlerweile, um zu sagen, bin ich auch sehr zu einem Tee knapper geworden. Das heißt, ihr kocht mir den manchmal gar nicht, sondern nehmt einfach so zwei von den Blässern in den Mund, haue die und habt ihr selber Aroma und es geht schneller. Und es fühlt sich irgendwie so noch natürlicher an. Weil, bis auf den Gyokuru Aschai, den man auch rohköstlich zubereiten kann und der da auch sehr gut schmeckt, sind alle Teesorten irgendwie dann doch, ja, kocht man halt. Wobei, ich habe gelernt, man kann einen Auszug machen, indem man über eine längere Zeit über Nacht im kalten Wassers einweicht. Schmeckt allerdings nicht ganz so. Bis auf den Gyokuru Aschai. Der ist wirklich der Beste. Ja, der Java Red Tee. Der Java Red Tee ist ein besonderer Tee mit einer sehr großen Aromenvielfalt und hervorragender Qualität. Er wächst im kühlen Klima und der Rheinluft des Hochlands der indonesischen Insel Java. Die Teepflanze dieses Tees stammt ursprünglich aus Taiwan und wurde von den Niederländern in Indonesien kultiviert. Inhaltsstoffe Vitamine, Minereien, Polyphenole, Flavonide, Koffein. Ich habe mal ein Video zu sekundären Pflanzenstoffen gemacht, insbesondere auch zu den Polyphenolen und Flavoniden. Ja, schaut einfach bei YouTube. Keine Ahnung, ob ich daran denke, zu verlinken. Ähm, ja, bei 30 Grad aufgießen, 2-3 Minuten ziehen lassen. Genau, und ja, bin ich sehr gespannt, wie der Tee schmeckt. Ich habe ihn jetzt schon aufgesetzt und, na, tu ihn gleich rein. Und dann melde ich mich wieder und bin ich gespannt auf den Java Red Tee. Und die anderen Teesorten mache ich dann im Laufe der nächsten Zeit und gebe euch ein Update. Aber das Problem ist, ich habe jetzt schon so eine Freude, weil die letzten Tees schon so gut waren, dass es mir total schwer fällt, objektiv zu sein. Ihr seht das schon an mir jetzt. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich teste jetzt mal die Teesorten oder so, sondern ich freue mich auf den Teesorten. Und dadurch schmeckt er wahrscheinlich besser. Allerdings, wenn er da nicht so gut schmeckt, wie zum Beispiel der Silbernadeltee, der im Übrigen immer noch so ein bisschen Roberts Lieblingstee ist, von den Teesorten, ja, dann sage ich das und dann wisst ihr auch, okay, ist nicht mein Geschmack. Aber Java Red Tee ist heute dran. Das ist ein grüner Tee, ein schwarzer Tee, steht gar nicht drauf. Naja, ich habe ja gelernt, grün und schwarzer Tee unterscheiden sich in der Länge der Zubereitung. Also ich bin auch kein Teee-Experte, bin gespannt und bis gleich. So, Java Red Tee, bin sehr gespannt, freue mich schon, frohlocker. Das finde ich auch blöd, weil die Erwartungen natürlich relativ hoch sind und naja, was war. Boah, da hat so ein leichtes Vanilliaroma irgendwie so. Das ist echt gut. Da hat so ein, ich will nicht Vanille sagen, weil es nicht direkt Vanille ist, aber so was ganz, ganz weiches. Was, na nicht Karamell, aber so. Boah, da riecht. Also, ich sage einfach mal, also ich bin jetzt wirklich, weil ich bin nicht sicher, aber ich glaube, der schmeckt mir sogar noch besser als der Gyokuru Aschai. Also, der ist wirklich richtig, richtig mild, lecker, aber trotzdem intensiven Geschmack. Die Bitternote, die beim Tee halt immer da, oder oft da ist, die ist fast gar nicht existent hier. Und obwohl ich den 5 Minuten trinken gelassen habe, statt 2-3 Minuten, weil ich es einfach vergessen habe. Und also, absolute Empfehlung. Und der Geruch. Also, es gibt volle Punktzahl für den Tee und jetzt mache ich erstmal die Tüte alle, bzw. trinke erstmal den Tee und wenn ich den nächsten Tee wieder habe, dann melde ich mich wieder. Also, volle Punktzahl für Java Wet Tea oder wie der hieß. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Tee wieder. So, und nun ist der Räuberstee dran. Das ist der zweite Tee, der erste, da war ich wirklich schlichtweg begeistert, mein neuer Lieblingstee. Und nun Räuberstee. Das ist ein Tee, der kein Koffein enthält. Das heißt, für viele Menschen, die es mit dem Koffein nicht so haben, wahrscheinlich sind die erste Wahl. Sehr gespannt. Ich habe den 6 Minuten, oh, ich habe den 6 Minuten ziehen lassen in kochendem Wasser. Nett. Ich würde sagen, nett. Schmeckt nett. Also, für mich jetzt irgendwie, ich mag wahrscheinlich eher so die grünen Tees oder so, keine Ahnung. Jetzt für mich ähnlich wie das Silbernadeltee, jetzt ist das nicht so meins. Räuberstee. Also, man schmeckt was, das ist schön, aber was ich schmecke, das schmeckt mir nicht so. Also, Räuberstee, wer jetzt von meinem Geschmack, ja, in meinem Geschmack sich oft wiederfindet, wäre jetzt keine Empfehlung, aber naja, muss ja nicht. Und von daher, ja, zweite Tee, nicht ganz so gut. Der erste ist top, der Räuberstee ist, ja, gut. Auf ein letztes und auf ein drittes. Das ist heute der dritte Tee, wow, fuck der ist so heiß, aber da könnt ihr euch mal vorlesen, das ist nämlich die Göttin der Barmherzigkeit. Das heißt der Tee, Tee Kuan Yin. Und Tee Kuan Yin ist eine Varianz des Tee Strauchs, der Name bedeutet so viel wie Göttin der Barmherzigkeit und stammt aus der im Südosten Chinas gelegenen Küstenprovinz Fujian. Er gilt als eines der 10 besten Tees aus China. Die Teeblätter eines hochwertigen Tee Kuan Yin sind gewunden, fest, schwer, glänzend, mit roten Blauadern und weißen kaum sichtbaren Härchen. Die Blätter werden nach der Ernte per Hand gerollt und in Röstpfannen getrocknet. Ist es dann noch Rohkost? Ich weiß es nicht. Tee Kuan Yin ist ein halbfermentierter Oolong mit einem intensiven und langanhaltenden Nachgeschmack. Er hat ein einmaliges blumiges Aroma mit einer Nase von Orchidee, ach einer Note von Orchidee und eine leuchtend grün-gelbe Tassenfarbe. Ich bin nicht so farbenintensivgucker, ist das leuchtend intensiv gelb? Keine Ahnung. Außerdem entwickelt er einen herrlich duftenden Ausfluss. Ach ne, Aufguss. Ja, so, lieber Robert von Roberts Teehaus. Also der erste Tee, boah scheiße, ist immer noch total heiß. Aber ich will ihn jetzt auch nicht verdünnen, weil wenn ich ihn verdünne, ist ja der Geschmack nicht so intensiv. Also riechen kann man ja schon mal. Riecht wirklich sehr gut. Riecht sehr gut. Riecht aber unspektakulär sehr gut. Also es hat jetzt nichts Besonderes, es ist einfach richtig schön, wie er so blumig. Also blumig, es riecht nicht so wie wirklich Blumen, sondern, also nicht ganz so intensiv, sondern es riecht so wie so ein herber Blumenstrauch. Aber eben normal. Genau, also der Yawa Red Tee, der war ja der absolute Hammer. Der war der absolute Hammer. Die Packung ist auch schnell aufgebraucht. Das ist ein, ja, einfach, das war von einer anderen Welt. Und der andere, der zweite, das ist dieser Räupusch Gron Lande, oder Gron, was auch immer, der war, hat er gesagt, nett, eher unspektakulär. Ja, also, ja. Und jetzt sind wir hier gespannt bei dem sehr heißen Tiguang Ying. Ich traue mich nicht, das trinken, das wird so heiß. Wenn etwas sehr heiß ist, dann ist das gar nicht gut für unsere Magenschleimhaut. Das begünstigt auch unter anderem eben Speiseröhrenkrebs. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht. Von daher, ja, würde ich sagen, melde ich mich erst dann wieder, wenn ich noch trinken kann. Weil es macht keinen Sinn, ich tue jetzt nicht vor YouTube mir was heißes hier reinziehen. Und von daher, wir sehen uns gleich. Es ist soweit. Tiguang Ying. Habe ich es richtig ausgesprochen? Nee, Ying. Tiguang Ying. Ich bin sehr gespannt, der dritte Tee. Einmal mega geil, der Yawa Wet Tea. Einmal normal. Und jetzt... Auch normal. Also, ich bin ja nicht der ganz große Tee-Experte und so weiter, muss man dazu sagen. Und da, also, da schmecke ich auch so was ganz Spezielles und so weiter nicht so raus. Aber, ich kann zumindest, ich kann nur immer ehrlich meine Meinung sagen. Also, der Räuber und der Tiguang Ying mag der 10 beste Tee in China zu sein, oder einer der 10 besten Tees in China zu sein. Hat auf jeden Fall auch eine gute Qualität, zumindest, ich habe ihn ja auch gegessen. Also, ich esse den Tee ja immer vorher und hat schönes Aroma und ist auch handgerollt, sieht man alles richtig geile Qualität. Aber geschmacklich? Nö. Man muss auch sagen, ich habe ungefähr das halbe Leben lang eigentlich nur Cola getrunken und bin, wie gesagt, nicht so die Referenz, was Tee angeht. Aber, der Yawa Red Tee, umso mehr ist dieser Yawa Red Tee meine absolute Empfehlung, weil der schmeckt wirklich geil und so einen Tee würde ich mir auch kaufen. Und natürlich, ich habe ja noch aus den ersten Tests da, also, ich habe ja schon mal von Roberts Teehaus die Tee getestet, da war ja der Gyokuru Aschai. Ich kann ihn sogar auswendig, so geil ist der Tee. Und der Jasmin Tee, also da waren ja wirklich auch zwei weitere richtig gute Tees dabei. Also, aus meiner Empfehlung würde ich sagen, der Yawa Red Tee ist ein richtig, richtig geiler Tee. Der Räuber ist nett und der hier, ich würde sagen, noch eine Stufe drüber, man kann es trinken und es schmeckt nach was. Aber die Latte, die Robert angelegt hat in seinen Tees bei mir war halt sehr, sehr hoch, weil bisher haben Tees nicht nach wirklich was geschmeckt. Und die Tees schmecken alle nach was, also die Tees sind schon alle gut. Aber, dass ich sagen könnte, von mir aus, meinem Geschmack, ey BÄM, das empfehle ich. Da ist wirklich der Yawa Red Tee, der Gyokuru Aschai und auch der Jasmin Tee. Und das sind zumindest die, die mir jetzt in Erinnerung geblieben sind. Beim letzten, der schwarze Tee, der war auch okay, aber den gibt es glaube ich gar nicht mehr. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was da noch für ein Tee dabei war. Egal, auf jeden Fall, wisst ihr Bescheid jetzt. Die drei Teesorten habe ich jetzt getestet, das sind die neun von Roberts Teehaus und ja, schaut mal nach. Ihr habt glaube ich, wie gesagt, keine Ahnung, ob der Robert das immer noch aktiviert hat. Diese kostenlose Lieferung, wenn ihr auch selber testen wollt, müsst ihr einfach mal fragen. Der Code war glaube ich Christian oder War Spirit, keine Ahnung. Von dem Jahr haben wir das mal ausgemacht. Aber gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, zu Weihnachten würde ich sagen, Yawa Red Tee und wünsche euch viel Freude beim Ausprobieren. Damit soll es das hier gewesen sein und ich werde jetzt mein Gingsung Yong austrinken und werde ein bisschen Süßstoff reinmachen, das intensiert den Geschmack dann doch. Bei Tees, die halt nicht an sich so, wo ich sage, BAM. Also bei dem Yawa Red Tee und bei dem Gyokuro Aschai und bei dem Jasmin Pearls Tee, da nehme ich keinen Süßstoff, weil die schmecken mir so einfach richtig geil. Und bei dem kommt ein bisschen das Tee ja rein. Also dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer Samu. Wir sehen uns dann beim nächsten Video.